No, no 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 no! Ja! Aaaaaah! Geil! Ja, schön! Oh, geil! Wadduf! Ich begegne euch mit Das Interesse, deine dauerbrauchige Klecke Wird auf Grundeis gelegt So wie aufgelaufene Schleife So, Hallo und Willkommen zurück zur Rocket League, wir starten direkt durch Insomach Ich hab's seit ein paar Tage nicht mehr gespielt Ich mein, ja gut Gegen Nino Pino 1 werden wir schon was machen Ah, mal sehen Huuuuiiii Spaß! Sie ist ja uneingespielt und ich treff so'n Lulliball nicht So, ok So, ok Nein, ihr trefft noch nicht Du Uhrensohn Nein Er hat nicht Nein, das war alles Alles Uncalculated Wenn man so schön sagt Red Vision Besoffener, irgendwie kann das sein Zack Boots Weg damit So, bam Warten, 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 warten Warten Oh, ok Das war Das war, das war unnötig von mir Das war echt Bissl unklug Ach, das ist tatsächlich ziemlich langsam von mir Egal Komm, überspringen den Shit Meine Fresse, komm Überspringen Und wie ihr vielleicht schon merkt Oder gemerkt habt In den letzten Folgen auch In den letzten Folgen hat es ein bisschen gerockt Das liegt daran, dass ich Die falsche Codierung drin gehabt habe Bei Open Broadcaster Und jetzt habe ich die richtig eingestellt Es ist toll Es ist toll flüssig Das finde ich sehr gut Meine Fresse, ich Spiel gegen mich selber hier Nein, falsche Richtung Ins Kreuze Geil Aber der springt auch nicht Ok Ok Hui Zack Oh, jawohl Nein Das war Scheiße Lol, als ob Krieg's jetzt meine Schelle, Alter Fuck Fuck Einfach so Einfach so Er hat fast Fast nicht getroffen Sogar, what the fuck War da, fuck Hoppo Wohl weggenommen Ich muss nicht holen Nein Nein Das wird so langsam von mir Nein Das wird so langsam von mir Sag uns Nein, er hat ihn natürlich So Das war natürlich ein taktischer Move Aber bringt mir nicht viel Weil er trotzdem rein macht Wann wie viel Lucky Wieso skippt er die Scheiße nicht? Das ist doch langweilig Komm schon 200 minuten knapp Schaff ich doch doch Irgendwie Na irgendwie Irgendwo Was Und der hat mein Sein Lack Ablegt Mann Boah, Alter Wie Ich bin nicht Absteigen, Mann Da Endlich Da Lächerlich Jetzt hab ich das nicht schaffen Wird, komm Ja So, so, so will ich das sehen So lobe ich mir das Und das gibt natürlich Aber wieder Okay, gut So, natürlich Passt Schön Verrückter Wie auch immer Jawoll Geht Doch Geht Doch Komm Hatte ich den Lack? Ich weiß es nicht Okay, gut Der ist drüber gesprungen Der hatte ich Lack Dass der drüber gesprungen ist Aber trotzdem Geil Rein Jawohl Vorbeigespielt, Junge Ja, nein Was? Okay I have to take the boost Because I have to Put Evasible From My side Hello from the Bali side Was? So Na, zack Hopala Das war jetzt aber Ungeschickt Nein Ah Das ist alles in Ordnung Alles in Ordnung Alles in Ordnung Noch ein Küsschen geben Jawohl Jawohl Vorbei Hat es vorbeigeschossen Jetzt komm Noch ein Dauer Für mich am besten Am allerbesten Am allerbesten Oh, ich Ja, ja, schön Ganz geil So, hier wieder in der Mad Max Arena Alter In jede Folge kommt ihr auch fast Fast in jede Folge kommt ihr auch dran Dann ist es So schlimm Ach komm, was? Das ist das zweite Match Und ich habe ein Dauer In den ersten 5 Sekunden Ne? Das ist Sehr gut Sehr gut Zack Er fliegt da Dann gehe ich nochmal da hin Und Da hin So, zack Er dreht sich um Die Hochachse Ja, die Hochachse Eieieiei Gleas da Jawohl Jawohl Komm schon Okay Das war jetzt Irgendwie knallt Zu langsam von mir Oder zu langsam von ihm Knallt Zu schnell für mich auf jeden Fall Ich hätte fast nicht gesehen Wo dabei hingeht So, das ist jetzt Eine unwünstige Situation Oh, ich hab's Ich habe es Ich habe es Okay, passt Ich bin blocken noch, dass wenn er dagegen fahren will Obwohl, ne Er fährt ja gegen mich Und dann fliege ich dagegen Und wenn er nicht gegen mich fährt Dann fährt er gegen mich Was? Zack Dann Mein Nitro No Hat er nicht Okay, hat er echt nicht Huch Ich meine, ich hab's schon gesehen Ich kann hell sehen Und ich kann auch dunkel sehen Jawohl Jawohl No Oh mein Gott I'm so bad I'm so bad I'm so bad My friends Ich treff den Ball nicht Ich Handy Fabriert Was soll das? Ich bin gar nicht Schüsse Ich bin gar nicht Ich bin gar nicht Ich bin gar nicht Wart Nein Bitte Riecht voll das Scheiß-Tor, Alter. Zack. Und dann nochmal, zack. Und dann den Boost nehmen und dann nochmal so, zack, dagegen spielen. Und dann so, bam, und dann hoffen, dass er nicht rausfährt. Und dann bam, und so, einfach rein. Einfach easy peasy lemon squeezy. So. Natürlich professionell in der Aufnahme schreiben. Juckt aber auch niemanden. Ich weiß kein Pläser, ja. Das ist, das ist egal. So. Zack. Komm, bitte geh rein. Du Buche! So. Ein bisschen fliegen. Ne, okay. Hat nicht so funktioniert, wie ich das... Wollte! Ja! Oh! 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 Das war kein... Keine Parade. Schade. Schade aber auch. Schade aber auch. Oh mein Gott. Nee! 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 Okay. Oh mein Nacko! Ja, okay. Schade. Ja! Wie low, das war einfach nur... Wieso springt er rüber? Ja, musste schon ein bisschen früher einen Boost boosten. Komm, ich bleib jetzt stehen. Komm mal. Aber dann fährt er dagegen und dann mach ich so und dann... Hol ich mir noch 50 Punkte für die Parade? Na ja, holt sich die... die... den... den Safe. Aber dann mach ich so. Und dann fliegt er da und weeeeee. Okay, schade. Hm. Oh, leil. Okay, sorry. Nee, tut mir echt nicht leid, Alter. Wieso auch ich mich sorry sage. Oh, putz. Dass er nicht drüber springt, Alter. Das war doch offensichtlich, dass ich auf ihn zukomme. Ich mein... BW. Double Head Trick of Doom. Ein jeder normale Mensch wäre jetzt gesprungen, wenn ich auf den zuhabe. Der... ist nicht normal? Ich glaube, das ist auch FK. Nee, ist er nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, wow. Das bringt dir jetzt... sehr viel. Wenn du noch auf mich spielst, das war auch sehr kailukar. Schade. Schön noch weggespielt. Flawless Victory. So lobe ich mir das. Da fliege ich wieder. Guck mal, ich... 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 Komm, die... Die Folge steigen wir noch auf Liga 2 auf. Komm schon. Gegen Arne Gulteck. Geht's in die dritte Runde. Und hoffentlich... Und hoffentlich... in die Ranker-Runde. Abrank, rank up, whatever. Du! Du Wapler. Was tun das überhaupt? Es fällt dir eigentlich ein, Junge. Scheiße. Hull. Blow. Ich hätte springen sollen. No, 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 no. No, 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 no. Ja. Ah. Geil. Den muss ich mir ansehen. Jetzt werde ich diese Schlange... Schlange liegen gefahren, ne? Ja, jetzt werde ich dich dolen. Das wurde doldohl. Es lädt mich ein, aber nein. Sorry, my friend. I have to play as a ranked game before I leave it. Zack. Und da. Guts. Nein. Nell. Alarm. Sieht auch aus wie so'n Feuerwehr-Auto bedingt. Man hat ein schönes Feuerwehr-Auto, mein Freund. Kannst du gleich in den Schlauch nicht reinstecken, heller. Oh. oder? Nein. Warte. Nein. Du bist ja der da. Ich bin vier. Ich bin vier. Der KING! Alter, was ist denn los mit dem? Drei Tore in den ersten zwei Minuten. Die zwei Minuten dauern noch. 23 Sekunden. Zack. Okay, scheitert. Aber okay, ich darf nichts sagen. Ich habe nämlich die erste Runde auch total verkackt am Anfang. Und dann noch rumgerissen. So, mal das Maul halten, bevor es... ...spiel nicht, wobei es... ...dat muss er sein. Das ist... ...Respect und Fairness, mein Freund. Oh, schade. Schöner Rückfallzieher, wie ich immer schön sage. Rückfallzieher, ja, nicht Hallukzirner. Nein, Rückfallzieher. Komm schon. Oh, schade. Oh, auch schade. Ma, Junge. What you writing me? Ich muss gleich antworten, ey. Sonst schwammt er mich zu, ey. What the fuck? Ah! Uh! Ah! Hilfe! Zack! So. Bam! Und dann... Schade. Okay, das kann jetzt unbequem werden. Oh, okay, schön. Aber nein. Zack, ja. Schön. Und überhin drüber gespielt. Nicht gelupft. Weil gelupft war das nicht. Okay, das hat mich... Nur mich von mir. Ich hole mir einen lockeren Boost. Ein locker easy wie Kokain-Deal. Dann mache ich den hier. Und dann ist er drin. Fast. Jetzt habe ich es verschrien. Jetzt muss ich ihn reinmachen. Weil sonst... Sonst geht es nicht. Das ist... Nee. Mein Handy vibriert schon wieder, Alter. Ich... Ich... Ich hasse Leute. Nee. Leute sind... Doll. Okay, kommt drauf an welche, ne? Ja, komm. Oh, so schade. Gut. Nope. Jawohl. Denied, mein Freund. Denied. Nein, 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 nein. Ah, vorbeigeflogen. Habe mal Hilfe. Der Boost war so dumm eingesetzt von mir. Das war so schlimm. Nix da, mein Freund. Das war nicht gut von dir. Das muss ich dir sagen. So. Zack. Jetzt komm... Ja! Zweifel kommt noch. Ich glaube, das kann er nicht mehr auffolgen. Ich glaube nicht. Aber komm, probieren kann es ja nur noch ein Erntor-Auto-Tron, ein paar Pünktchen. Ein paar XP noch. Ah, schade. Ich hätte hier noch drüber spielen sollen. Ja wohl, Prospect Elite Liga 2. Sind wir schon sicherer am Thron sozusagen und sicherer nicht am Abstieg. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen dieser vierten Folge von Rocket League, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Schaut bei keinem vorbei, weil da war keiner dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.